Musik Wir brauchen euch, um einige neue Rekruten in der Kunst des Bogenschießens zu unterweisen. Die Wölfe paaren sich in der nächsten Grafschaft. Findet ihre Schlupfwinkel und löscht sie aus. Entweder sie oder wir. Sucht euch eine Erhebung und befestigt euch dort mittels Turm und Vorburg. Herzog de Püs lässt neuerdings in der Gegend patrouillieren. Ihr müsst um jeden Preis verhindern, entdeckt zu werden, denn wir haben einem Angriff nichts entgegenzusetzen. Wenn ihr die Ratte vor mir zu Gesicht bekommt, schlitzt ihn für mich auf. Er richtet eine Befestigung mit Turm und Vorburg und verstärkt diese mit zusätzlichen Türmen. Beginnt so dann mit der Herstellung von Bögen und stellt eine Streitkraft aus Bogenschützen zusammen, mit denen ihr die wildernden Wölfe dort ausrottet. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Platziert euren Kornspeicher-Seil. Eine Botschaft von eurem Informanten. Wir sollten uns sputen. Diese Wölfe sind überall. Platziert euren Kornspeicher-Seil. Platziert euren Kornspeicher-Seil. Platziert euren Kornspeicher-Seil. Wir benötigen Holz. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord Leer, Leer, Leer Musik 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 Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Unsere Schatzkammer leert sich. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bin zur Stelle! Eine Botschaft von eurem Informanten. Die Wölfe streifen umher, Sire! Wölfe greifen an, mein Lord! Ja! In Bewegung! Bin zur Stelle! Bogenschützen bereit! Untertitelung des ZDF, 2020 Wölfe greifen an, mein Lord! Wölfe greifen an, mein Lord! Musik